Geil, wieder 1000 Euro für ein neues Handy ausgegeben, aber es hat ja Improved Power Efficiency Und auch Google's Cutting-Edge Machine Learning Und außerdem Fastest CPU Freunde, das ist alles nur Marketing Damit du richtig viel Geld für neue Handys ausgibst, muss sich alles anhören wie der geilste Scheiß Infinity O Display wird super gern von Samsung benutzt und heißt einfach nur Display mit dünnen Ränder Und das O steht für die Frontkamera, die so aussieht wie ein O Hör reingeguckt Das war aber Augenhöhe All Day Battery Life ist ein Ding von Apple Soll heißen, der Akku hält den ganzen Tag Ob er das wirklich tut, hängt davon ab, wie viel du dein Handy nutzt All Day klingt schön, heißt aber erstmal gar nichts Blazing Performance Ja, jedes neue Smartphone ist nochmal so viel schneller als sein Vorgänger Für was? Um WhatsApp schneller zu öffnen? Um dieses Video hier noch eine Millisekunde schneller zu laden? Wirklich? 7 Kameralinsen mit 13.000 Megapixel Das klingt alles super geil Aber fragt euch mal selbst Braucht ihr das wirklich nur, um dann wieder das hier sagen zu können?